Okay, Freunde, was geht ab, was geht ab? Ich hab mich jetzt gerade fertig gemacht, ich hab drei, vier Stunden gepennt. Und wir befinden uns gerade im Titanic Hotel hier in Berlin, liebe Freunde. Wir haben heute einen, wie sagt man so schön, einen Drehtag, einen Sombrero. Wir drehen heute mit Hype, mit dem guten alten Sino. Und Thema ist heute Gangsterfilme. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Es ist ein cooler Kanal und ja, mal sehen. Ich bin hier mit meinem Bruder Kamil, mein Bruder Kamil ist auch am Start. Heute ist, es sieht zwar so aus, ob ich filme gerade, aber nein, es ist der gute Max Champagne für den Brain. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, willkommen zu einem weiteren Vlog auf dem Streaming-Highlight-Kanal. Ich küsse euer Herz und wir werden wahrscheinlich noch den ein oder anderen Bruder hier in Berlin antreffen. Gucken wir mal, wer das sein wird. Wahrscheinlich Ka, Massiv oder irgendeinen anderen Millionär. Wir halten uns nur an Millionäre heute. Wir halten uns nur an Millionäre hier in Berlin, das ist ja klar. Unser, wie sagt man so, neureicher Wichser, Massiv, der hier mit einem Reus Reus durch Berlin berettet, der ist halt unser Ehrenbruder, den lieben wir ganz besonders. Der ist unser bester Freund. Wir mochten den schon, bevor der Geld hatte. Dann ist der Unterschied. Ich mochte Massiv schon, als ich mit Ihnen aufgetrieben bin vor 20 Leuten, als ich ihn noch gebackt habe. Deswegen, Massiv, Bruder, du weißt, wir waren schon deine Brüder, bevor du Geld hattest. Aber es ändert nichts, dass wir den Bruder heute treffen, sehr wahrscheinlich. Und ja, wir werden einen Tag hier sein. Die Tage werden wahrscheinlich noch mal nach Berlin kommen, liebe Friends. Und da werde ich noch mehr Zeit haben, dann werde ich den ein oder anderen treffen. Übrigens, Freunde, was haltet ihr davon, wenn ich zu Ali therapiert gehe? Der hat mich angerufen. Das wollen wir auch noch in Angriff nehmen. Und natürlich geht bald auch die Podcast-Reihe los, liebe Freunde. Ich werde bald einen richtig gerne Podcast starten, Interview-Reihe. Und dazu fehlen mir noch Titel. Ich hatte ja, ich und Marc hatten uns überlegt, den Titel, was hatten wir? Wir hatten, komm in den Knast, wir müssen reden. Wir kommen in den Knast, wir müssen reden, weil dieses Kommen ins Café, das ist ja meine Erfindung eigentlich. Das ist ja so ein Ding von mir schon seit 10, 15 Jahren. Dann hatten wir Besuchszeit, aber dann wurde, da hat Marc ein bisschen recherchiert, das hat schon jemand gehabt. Besuchszeit wäre natürlich für mich ideal gewesen, das wäre geil. Dann sucht man Alternativname, ihr könnt in den Kommentaren mitentscheiden. Schreibt mal ein paar gute Slogan rein, ein paar gute Ideen, die wir vielleicht verwerten können, Freunde. Und ich werde eine richtig geile Podcast-Reihe machen, a la was los, geklaut. Was wird drin? Schön, ein Roos-Biten, wenn auf jeden Fall so ähnlich wie, wie es der Bruder Roos gemacht hat, eine geile Interview-Reihe starten mit den Chebebs, die wir kennen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das heißt, kommentiert die Namen, die Ideen, die ihr habt und dann werden wir abchecken, liebe Freunde. Und an der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für den krassen Support, vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten. Das war ich sehr zu schätzen, liebe Freunde. Ohne euch wäre das alles natürlich hier nicht möglich. Wir werden natürlich sehr viele Vlogs für euch drehen, wir werden auch geile Formate drehen. Ich habe jetzt mit Julio Jones einiges gedreht, Freunde, das kommt auch alles raus. Wir werden auf jeden Fall eine Menge drehen, ey, wir müssen da lang. Also, Korin, wir sehen uns gleich, das ist doch. Welcome, welcome. Ja, bitte, 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 bitte. Bis zum nächsten Mal. Frankreich sehr, sehr explosiv und die haben abgeliefert. Aber heute gegen Tunesien haben sie die zweite Garde spielen lassen. Ich habe mir das Spiel zum ersten Mal auch gar nicht angeschaut. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, aber ich weiß es. Ich denke, dass Frankreich das absolute Null plus Ultra ist. Und danach schätze ich die Brasilianer mit dieser Spielfreude am zweiten ein. Durch das Turnier, aber nicht durch die Spiele vorher. Es geht mir nur ums Turnier, was ich gesehen habe, diese Spielfreude. Aber ich muss sagen, dass mich die Serben auch... Und das hat mich voll geschockt, gerade gegen die Brasilianer. Wo man eigentlich mit Flauvić und was weiß ich vorne einen hat, der auch die Bälle halten kann. Die hat man alle weiter auf der Bank gelassen. Und da hat Brasilien voll geklenzt. Aber ich denke, wenn die jetzt in diese Chaos-Spiele gehen, gegen Mannschaften, die sich nicht hinten reintrecken lassen, wo dann auch Lücken nach vorne sind. So, Friends, wir waren gerade live bei Massiv noch. Das war sehr geil, Alter. Mein Bruder Massiv. Bruder, was hast du? Ich küsse dein Herz, Bruder. Was hast du für einen gottlosen Maybach? Ich küsse dein Herz. Bruder, wir kommen von unten und wollen nach oben. Und wenn wir oben sind... Ich finde das wie geil, weil nur du hast einen Maybach, weißt du? Ja, Bruder, noch zwei Kämpfe. Wo ist meiner, Bruder? Ich habe zwei Kämpfe gemacht. Mach noch drei Rückkämpfe gegen Moabdallah. Ich habe zwei Kämpfe gemacht, Finanzabart direkt mich angerufen, Bruder, hat mich direkt gefickt, Alter. Aber ich muss sagen, Bruder, ein Streaming-Raum ist maximal. Danke dir, mein Bruder. Bruder, es ist wirklich geil. Wenn du in Berlin bist, Schlüssel steht immer ready, dass ihr hier streamt, Bruder. Das ist geil, Bruder. Auf immer, Freunde, achtet mal. Richtig geiles Setup, Alter. Rus ist auch am Schlüssel, Alter. Rus ist doch der Imperator, der Chef. Mini-Imperator. Richtig geil, das Logo ist auch manchmal geil. Bald, hey, Bruder, bald habe ich mein Imperium fertig. Sehr, sehr krank. Hallo, hier. Hoffentlich kriege ich auch bald einen Maybach. Bald habe ich hier vorne ein ganz großes Gebäude, was ich gerade baue. Da habe ich Fitness drin, Twitch-Room, Studio-Raum. Und immer, wenn du in Berlin bist, Bruder... Ja, nee, keine Hotels mehr. Doch, Hotels, doch. Weil ich privat fahre. Aber trotzdem, dort kann man trainieren, Twitch, alles. Darauf freue ich mich maximal, Bruder. Late night, every day. Geil, 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 Alter. Aber wir brauchen doch keine Hotels. Was haben wir damals gemacht, Bruder? Bruder, lass nicht reden, Bruder. Bruder, wenn wir anfangen würden zu reden, was wir in Hotels gemacht haben, Bruder. Und die Leute denken jetzt dreckige Sachen. Nein, nein, nein. Wir haben alles gemacht, was nichts mit dreckig zu tun hat. Aufzug hoch und runter. Balkons reingestiegen mit Karte aufgemacht. Einfach ohne Sinn in Ibis-Hotels und so. Obwohl Zimmer nur 30 kostet. Wir haben trotzdem Tür aufgemacht, Tür aufgelassen, dass wir rein und rauslaufen können. Wir haben echt, wo wir auf Tour waren, echt miese Sachen gemacht. Da waren wir im McDonald's mit Echo. Ich habe manchmal im Hotel den Indianer gemacht. Hey, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Kann man über Echo was sagen? Ja, klar. Ich habe die Geschichte des Lebens von Echo. Echo hat neu seinen Führerschein bekommen. Ich gehe so zum Auftritt nach Köln und er wollte mich unbedingt vom McDonald's-Parkplatz abholen. Und der Auftritt ist 100 Meter vom McDonald's-Parkplatz entfernt. Aber Osama hat zu mir gesagt, bitte tu mir den Gefallen. Er will dich unbedingt von hier aber abholen. Und dann habe ich gesagt, Bruder, aber ich kann doch einfach rüberlaufen. Das ist doch das Ding. Der Auftritt ist doch einfach nur über die Straße. Warte mal, warte mal bitte. Ich muss das erzählen. Ich habe immer noch Schock davon. Wirklich, also Kulturschock. Ich wollte nach diesem Anblick abgeschoben werden. Warte mal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, dann laufe ich halt nicht über die Straße zum Auftritt. Ich warte einfach hier, weil Echo hat einen neuen Führerschein. Er will mich abholen. Weißt du, was passiert ist, Bruder? Ich schwöre auf meine Mutter, du glaubst mir nicht. Ich und Osama warten so. Echo kommt jeden Moment. Ich sage, ja, aber dort einfach nur rüberlaufen. Er muss nicht extra her laufen. Er wollte halt Führerschein, Auto zeigen. Weißt du, was er gemacht hat? Ich kann es nicht glauben. Soll ich das erzählen? Aber ich schwöre auf meine Mutter. Ich bin Kulturschock. Was hat er gemacht? Wenn du Ausländer bist, danach bist du Deutscher. Wenn du Deutscher bist, danach bist du Ausländer, wenn du das siehst. Echo kam mit einem VW, so Jeep, so Turan-mäßig oder so. Weißt du, was er gemacht hat? Ich glaube es nicht. Ich schwöre auf meine Mutter. Sag doch, was hat er gemacht? Aber ich schwöre auf meine Mutter. Ich glaube es nicht. Bis heute habe ich so, geht das nicht in mein Gehirn rein, was da passiert ist. Was? Erzähl, Bruder. Ich habe mindestens sechs Mal darauf gepocht, einfach rüber zu laufen, weil es ist sinnlos, dass er jetzt kommt mit dem Auto, aber Osama hat gesagt, das ist sein stolzer Tag. Er will mich jetzt von da abholen, sein Soundcheck ist schon erledigt. Okay, ja, dann lachen. Wir warten so. Er kam, weißt du, was er gemacht hat? Ich kann es selbst nicht glauben. Soll ich sagen? Sag, Bruder. Okay. Ich sehe Echo von Wartemann aus der Ackerfahnt. Und du weißt, Echo schliebt dich. Sag doch jetzt mal, was er gemacht hat. Weißt, was er gemacht hat, Bruder. Der ist so gefahren. Ich stehe so gut zusammen, also. Er kommt so gefahren. Ich muss euch das zeigen, warte. Ganz gut, das ist der Schock eures Lebens, was ihr jetzt da seht. Komm mit der Kamera so. Bleib hier so stehen. Okay. Hier ein Auto. Hier ein Auto. Okay, Parkplatz. Er will ja parken, aufsteigen und mich begrüßen und dann steige ich in sein Auto ein. Und wir fahren um 100 Meter zu diesem Ding einfach über die Straße. Weißt du, was er gemacht hat? Wart, ich muss euch was zeigen. Okay. Das ist Echo, ja? Ich stehe hier so mit Osama. Ich denke mir so, ich laufe jetzt rüber und steige jetzt ein. Ja. Aber Osama hat gesagt, nein, warte. Er soll parken und dann kommt er und begrüßt uns und dann steigen wir ein. Weißt du, was passiert ist? Das sind zwei Autos. Ich habe es auf Osama gesagt. Ich habe es auf Osama gesagt. Stopp, stopp. Er hat Osama gesagt. Nein, mach keine Anzeichen, dass er was falsch macht. Ey, du warte, du warte, du warte, du warte, du warte. Auf einmal bleibt er genau so stehen. Die Tür. Er bleibt genau. Anstatt, dass er weiterfährt. Bleibt er genau da stehen, wo seine Tür aufgehen muss. Boom. Boom. Und Osama so. Ey, ja, so krass, Alter. Irgendwann Osama geht so. Fahr noch vor, Bruder. Er ist ausgestiegen und jetzt kommt das Geilste. Jetzt glaubst du nicht, was er gemacht hat. Ich, dieses Szenario war für mich ganz neu. Ich, dieses Szenario war für mich ganz neu. Weil eigentlich steckt man dann aus und sagt so. Scheiße. Scheiße, ruf Adias E oder E. Eigentlich steckt man ja aus und sagt so. Oh mein Gott. Oder irgendein. Oh shit. Oder irgendwas. Echo steckt aus. Hey, was sie? Hey, lass mich raten. War das der Mann mit der Werbung an der Seite? Ja. Ja. Und Osama sagst du. Osama sagst du jetzt. Und er so. Ey, so Wanda so. Hey, was sie? Aber wie, aber wie, hä? Wie Heiko's Legende. Und wir haben gar nicht darüber, jetzt kommt ja dieser Kulturschock, der Kulturschock ist ja das eigentliche danach, dass wir gar nicht über das debattiert haben oder geredet haben. Jani, so alle so. Jani, es ist nicht passiert. Es bleibt unter uns, Jani, und lass uns gar nicht darüber reden. Jani, bis heute hat keiner darüber geredet. Bis heute nicht. Und Osama die ganze Zeit so auf mein Knie. Osama, Osama. Ey, Freunde. Osama so, also so. Echo, Bruder. Ich küss dein Herz, Bruder. Echo, ich liebe dich. Ohne dich wären wir nie ein Backup von Backups gewesen. Ohne dich hätten wir keinen Doppelreim gefunden. Das ist der Einzige, der an uns geglaubt hat, muss man auch einmal machen. Guck mal, welche Idioten du zum Millionärer gemacht hast. Ohne dich wäre niemand den Doppelreim gefunden. Durch dich haben wir gelernt, uns hochzukämpfen. Nee, Wolla. Spaßverzeichnet. Echo, einer der besten Menschen. Ich liebe dich, mein Bruder. Ich küss dein Herz, ganz liebe Grüße. Danke, dass du uns mit auf Tour genommen hast. Danke für die ganze Scheiße. Bester Mann, Wolla. Kann man nichts gegen sagen, wirklich. Vertonung, danke für die ganze Scheiße. Danke für nichts. Danke für nichts. Danke, danke, dass du uns gefickt hast. Danke, dass du uns gefickt hast. Kommst du mit auf die nächste Tür, dann kannst du von Motripp ein Autogramm nehmen. Hey, wir haben gerade Echo voll zum Buhmann gemacht. Nein, ist doch alles nur Spaß. Nee, wenn wir die Geschichte erzählen würden. Nee, das nächste Block. Nächste Block. Weil das ist eine andere Geschichte. Freunde. Echo. Kann man das rausbringen? Ja, muss. Oder Echo bester Mann. Nee, Wolla, das ist mit Liebe. Ja, Wolla. Die Leute wissen, wir machen Spaß. Das ist doch, ich rede doch über Kulturschock. Ja, normalerweise redet er nur über Elektroschocks. Friends, ihr wisst Bescheid. Echo bester Mann. So, liebe Friends, wir sind noch immer in Berlin. Das ist Berlin. Wir gehen jetzt noch schnell was mampfen, liebe Friends. Ich hoffe, der kleine Vlog auf dem Kanal hat euch gefallen. Wir waren bei Massiv, wir waren mit Ruth, waren live. Wir haben Action gemacht. Jetzt gehen wir kurz was essen. Ich zeige euch gleich, was ich esse kurz. Und dann verduften wir wieder nach Essen. Ich hoffe es. Baw. Friends, ich habe voll vergessen zu filmen, Alter. Wir haben das jetzt schon halb aufgegessen, meiner Freund. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Das schmeckt nämlich unnormal. Unglaublich lecker. Schon halb aufgegessen. Waschle Adjani. Wen haben wir denn da? Na, was soll man, ey? Wie war Serbien-Knast? Weiß man das? Darf man das überhaupt sagen? Ja? Auf jeden Fall, der Bruder, der hat einfach vier Monate in Serbien-Haps gesessen. Der hat die Sprache nicht verstanden, nix. Alles, was er verstanden hat, wenn er morgens nicht aufgewacht ist, hat er einen auf die Glocke bekommen. Ich zeige euch, macht keine Geldwäsche, Freunde, ihr wisst. Auf jeden Fall, wie hat es geschmeckt, Bruder? Gut, super. Super, ne? All our friends. Dazu ein frisch gepresst O-Saft. Und jetzt fahren wir gleich nach Essen, Freunde. Auf jeden Fall, danke für den Support. Ich kütze euer Herzen und passt auf euch auf. Wir sehen uns. O-O-O-O-O-O!